Und eins und zwei, und eins und zwei, und ausatmen, so das eben, einatmen und ausatmen, fertig, und nun Kopf hoch und runter, und hoch und runter, hoch. Was machst du da? Gymnastikübungen. Ich seh mir dieses Video schon zum sechsten Mal heute an. Ich kann's kaum erwarten, mich auf die Waage zu stellen. Alf, das ist doch verreckt. Du kannst kein Gewicht verlieren, wenn du dir Gymnastikvideos nur ansiehst. Na los, steh auf. Ich werd dir ein paar nützliche Übungen zeigen. Okay, aber ich möchte dich fairerweise warnen. Ich hab grad gegessen. Ich hab sehr viel gegessen.